Die Sonnenfinsternis am 20. April ist bereits der zweite Neumond im Widder und ist somit ein energetisch kraftvoller Neuanfang, der uns ermutigt, unsere eigenen Bedürfnisse und Ziele zu priorisieren und unseren Willen zu stärken. Dies kann uns dazu inspirieren, mutige Entscheidungen zu treffen und unsere persönliche Unabhängigkeit zu fördern. Es ist eine Zeit des Aufruhrs und der Veränderung, in der wir unseren eigenen Weg finden und uns von alten Mustern und Gewohnheiten lösen können. Wenn dieser Neumond mit einer Sonnenfinsternis im Quadrat zu Pluto steht, kann dies noch mehr Veränderungen und Transformationen auslösen. Pluto ist der Planet der Tiefen und der Transformation und kann uns zu tiefen inneren Erkenntnissen und Wachstum führen. Ein Quadrat zwischen Sonne und Pluto kann jedoch auch Spannungen, Machtkämpfe und unerwartete Veränderungen mit sich bringen. Insgesamt kann diese Konstellation uns dazu auffordern, unsere Ängste und Schatten zu konfrontieren und uns auf eine tiefgreifende, spirituelle Reise zu begeben, die uns dazu führt, unsere wahren Ziele und Werte zu entdecken. Es ist jedoch wichtig, achtsam zu sein und die Energie dieser Konstellation sorgfältig zu führen, um potenzielle Herausforderungen und Schwierigkeiten zu meistern. Diese Sonnenfinsternis kann uns dazu auffordern, tief in unser Unterbewusstsein einzutauchen und uns mit unseren Ängsten und Schatten auseinanderzusetzen. Diese Herausforderung kann uns jedoch auch helfen, uns von alten Mustern und Begrenzungen zu lösen und uns auf eine tiefgreifende, spirituelle Transformation vorzubereiten. Pluto wird oft mit der Idee der Regeneration und Erneuerung verbunden. Ein Quadrat zwischen Sonnenpluto kann uns dazu auffordern, uns von alten Energien und Mustern zu befreien und uns auf eine spirituelle Reise zu begeben, die uns dabei hilft, unsere Seele zu heilen und zu erneuern. Die Wirkung dieser Sonnenfinsternis kann bis zu sechs Monaten andauern. So darfst du dir mit der Veränderung Zeit lassen. Höre auf deine Intuition und sei offen für die Veränderungen, die sich durch diese Energien der Sonnenfinsternis manifestieren können. Alles dient deiner spirituellen Weiterentwicklung und ist eine Chance für dein persönliches Wachstum. Suche dir einen ruhigen Ort, an dem du in der nächsten Zeit ungestört bist und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen und schenke dir hier ein paar kraftvolle und tiefe Atemzüge in deinem Bauch. Spüre, wie sich die Bauchdecke bei jeder Einatmung hebt und bei jeder Ausatmung senkt. Nimm für einen Moment wahr, wie du wirklich hier ankommst, die Auflagepunkte spürst und auch wahrnimmst, was du hier entspannen kannst. Deine Beine entspannen sich. Die Schultern entspannen sich. Die Arme, deine Hände und die Finger sind ganz locker, ganz leicht. Entspanne bewusst dein Gesicht, die Kiefergelenke, die Stirn falten frei. Du spürst seinen Atem, wie er durch dich ein- und ausströmt. Wie du bei jeder Ausatmung alle Anspannung abgibst. Spüre dein Atem, wie er kommt und geht. Und dann stellst du dir vor, dass du an einem wunderschönen und ruhigen Ort bist, umgeben das Leben von Natur und der Schönheit des Universums. Spüre die Sonnenstrahlen auf deiner Haut und die warme Brise, die durch dein Haar weht. Und dann richte deine Aufmerksamkeit auf den Himmel und beobachte, wie jetzt langsam dein Neumond vor die Sonne sich schiebt und eine Sonnenfinsternis beginnt. Spüre, wie die Energie der Sonne und des Mondes sich in dir verbinden und dich mit einem tiefen inneren Frieden und Harmonie erfüllen. Spüre, wie du dich jetzt immer mehr öffnest für die Kraft des Universums. Und dann nimm die Schönheit dieser Umgebung wahr und fühle, wie sie dich umgibt und einhüllt. Spüre die Wärme der Sonne auf deiner Haut und den Duft der Natur in deiner Nase. Atme tief ein und aus. Und richte jetzt deine Aufmerksamkeit auf dein Herzchakra. Stelle dir vor, wie du in deinem Herzen einen goldenen Lichtstrahl spürst, der sich langsam ausbreitet und deinen ganzen Körper umhüllt. Fühle, wie dieses Licht dich mit Liebe und Vertrauen erfüllt und dich auf deiner Reise begleitet. Stelle dir nun vor, dass du vor einem großen, mächtigen Baum stehst. Dieser Baum symbolisiert deine Transformation und deine Veränderung. Spüre, wie du dich diesem Baum verbunden fühlst und wie er dich auf deinem Weg unterstützt. Atme tief ein und aus. Visualisiere, wie du langsam den Baum umrundest. Nimm wahr, wie sich die Rinde des Baums unter deinen Händen anfühlt und spüre, wie du eins wirst mit der Kraft und Stärke dieses Baumes. Stell dir vor, dass du nun deine alten Muster und Blockaden an den Baum abgibst. Spüre, wie sie von dir abfallen und aufgenommen werden vom Baum, der sich in Liebe und Reinheit transformiert. Nimm wahr, wie du dich immer leichter und freier fühlst. Atme tief ein und aus. Und visualisiere, wie du nun ein helles Licht in dir aufnimmst. Dieses Licht symbolisiert deine neue Energie und deine Reinigung. Fühle, wie dieses Licht dich von innen und außen reinigt und heilt. Spüre, wie diese Energie dich von innen heraus erneuert und dir Kraft gibt. Alte Muster und Blockaden loszulassen. Stelle dir vor, wie du dich von all dem befreist, was sich zurückhält. Und dich auf eine neue Ebene der Bewusstwerdung und Spiritualität bringt. Stelle dir nun vor, dass du auf deinem Weg weitergehst, gestärkt und erneuert. Fühle die Kraft und die Stärke, die dich begleiten und das tiefe Vertrauen in den Prozess der Transformation und Veränderung. Atme tief ein und aus und spüre, wie du dich wieder mit deinem Herzen verbindest. Lege gerne dazu beide Hände auf dein Herz und fühle die Liebe und das Vertrauen, das dich jetzt erfüllt und dich auf deinem Weg unterstützt. Und dann höre auf die Botschaft, die jetzt dein Herz für dich bereithält. Ich vertraue darauf, dass Veränderung ein natürlicher Teil des Lebens ist und mir Wachstum und Entwicklung bringt. Ich öffne mich für Veränderung und vertraue auf meine innere Führung. Ich bin bereit und fähig, Veränderungen anzunehmen und gehe voller Vertrauen meinen authentischen Weg. Verweile hier in Meditation, bis ich dich wieder zurückhole. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und dann ist es langsam Zeit, deinen Atem zu vertiefen, wieder Bewegungen sanft zuzulassen. Und wenn du so weit bist, öffne deine Augen und nimm wahr, wie du dich fühlst! Vielleicht spürst du eine Erleichterung, eine Tiefe Verbundenheit oder eine Tiefe Verbundenheit! Lass dieses Gefühl in dir wirken und nimm es mit in deinen Alltag! Ich hoffe, dass diese Meditation für dich eine wertvolle Erfahrung war und dich in deinem Transformationsprozess unterstützt hat. Nimm dir Zeit, um die Erfahrungen und Erkenntnisse, die du in der Meditation gemacht hast, zu reflektieren und in dein Bewusstsein zu integrieren. Schreibe vielleicht auf, was dir während der Meditation in den Sinn gekommen ist, was du gefühlt hast und welche Erkenntnisse du gewonnen hast. Du kannst auch einen Moment innehalten, um dich bei dir selbst und der höheren Kraft zu bedanken, die dich auf deinem Weg begleitet hat. Setze dir dann vielleicht noch eine Intention für deine weitere persönliche Entwicklung und Veränderung und nimm diese Energie mit in deinen Alltag. Denke daran, dass Veränderung oft Zeit und Geduld erfordert, aber wenn du weiterhin an dir arbeitest und deinen Weg gehst, wirst du die Veränderungen in deinem Leben bemerken und dadurch wachsen. Ich danke dir für dein Vertrauen und wünsche dir alles Liebe. Namaste. Ich danke dir. 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 Ich danke dir.